so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße alle ganz herzlich zum guten morgen börse gemeinsam mit xdb heute ist montag der 18. september 2023 und gemeinsam wollen uns einen weg auf die märkte gönnen und das natürlich einordnen was wir dort am freitag zu sehen bekommen haben was irgendwie gar nicht gut ist wenn ich ganz ehrlich sein soll also zumindest so wie die wall street geschlossen hat dort hat es deutliche abschläge also deutlich abschläge das hört sich jetzt so dramatisch an es ist tatsächlich eher so beim genaueren blick also die abwärtsstruktur ist erkennbar aber dass die market internals einfach ein extrem schwaches signal gesendet haben und was damit gemeint ist was ich mit market internals meinen und dergleichen darauf hervor gleich im blick was uns natürlich besonders interessiert ist nicht nur wie ist das einzuordnen im hinblick jetzt auf die am mittwoch anstehende fett leitzins entscheidung die ja dann nicht nur darüber befinden wird wo geht es leitzins technisch hin beziehungsweise was haben wir zu erwarten ich spoiler schon mal jetzt es wird nichts geben es wird ein beibehalten des leitzinsniveaus von derzeit 525 bis 550 basispunkten geben aber die frage wird vielmehr sein was steht in den sogenannten economic projections was steht da im dort plot drin wo geht es in die richtung jetzt in den jahresschluss hinein gibt es noch mal 25 basispunkte mit denen wir rechnen können dann im dezember eventuell abwann sind zinssenkungen denkbar und dergleichen und wenn man so schwach in solch ein schlüsselevent hinein läuft wie gesagt dann ist das nicht besonders positiv aber darüber hinausgehend eben auch welche sind eigentlich relativ schwache place dann in diesem zusammenhang sieht so ein bisschen danach aus als wenn der everybody's darling der letzten monate nämlich der halbleiter bereich besonders hier nvidia vielleicht vor einem tieferen rücksetzer stehen könnte dass es damit auf sich hat auch dazu in den wenigen minuten dann mehr bevor wir ganz offiziell starten allerdings erstmal der blick auf den risiko hinweist die vision cfd sind komplexe handelsinstrumente die werden auf margin getradet gehen mit dem hohen risiko einher schnell geld zu verlieren sind ausgehend hierfür nicht für jeden anleger geeignet bevor mit dem handel beginnt erstelle mal bitte sein persönliches risiko viel und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen finanzberater lade sich dann auf xdb.com slash dekost nur seine demo herunter test den handel risikofrei schau ob der handel mit diesem produkt sich für einen eignet sofern man das mit ja beantworten kann hat man natürlich auch die möglichkeit ein live konto zu eröffnen diesbezüglich alle informationen vollständiger risiko hinweis findet ihr auf xdb.com slash de auch gerne den deutschsprachigen kundensupport von xdb kontaktieren falls ihr fragen haben solltet kontaktdetails folgen gleich zunächst einmal kurz noch der hinweis alles was ich in den folgenden minuten hier präsentiere bitte nicht als anlageempfehlung missverstehen sondern es ist ein rein edukatives rein informatives event ihr könnt gerne eure fragen stellen in form von kommentaren unterhalb des videos mit einer aufzeichnung schauen auf die ich dann natürlich eingehen würde die in den nächsten guten morgen börse hier entsprechend zum thema machen würde aber wie gesagt bitte nichts als anlage empfehlung missverstehen es ist rein edukativ rein informativ dann einmal die kontaktdetails die ich gerade erwähnt habe kurze einführung vielleicht noch zur xdb als broker bester cfd broker des jahres 2023 ausgezeichnet von broker wahl die gründe dazu geführt haben findet ihr hier in der mitte einmal aufgelistet und ein grund der sicherlich sein beitrag geleistet haben dürfte ist die xstation 5 in die wir jetzt hier einen blick werfen wollen blick auf den dax da kommt bärisch rein das sieht erst mal nicht so gut aus aber es hat sich wie gesagt eventuell sein wenig abgezeichnet was wir was wir jetzt hier zu sehen bekommen ist wie gesagt eher ein fortschreiben dessen was am freitag sich begann eben zu zeigen ich habe es leider 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 nicht als in anführungsstrichen confirmation oder bestätigung so möchte ich es vielleicht mal an der stelle hier bezeichnen was ich jetzt zum thema mache ich habe das über ecken gehört dass es so gewesen ist müsste das noch mal schauen darauf an der stelle dass ich dass ich es auch richtig verstanden habe dass ich um den naisy ticker handelt hat aber stichwort market internals es gibt ja so genannte zum beispiel die advanced decline line habt ihr vielleicht schon mal von gehört wird im technischen analyse buch von murphy zum beispiel zum thema gemacht um zu schauen wie performen aktien in relationen zu anderen aktien beziehungsweise aktien mit uptick in relation zu welchem mit down tick und jetzt gibt es zum beispiel den sogenannten naisy tick das ist unter daytradern ein gerne verwendetes tool werkzeug einfach um sich anzuschauen wo ist der aktuelle bias im markt nehmen wir mal den naisy tick an der stelle wir haben rund 3000 aktien an der naisy gelistet und wenn jetzt der naisy tick zum beispiel plus 1000 beträgt dann heißt das nichts anderes als dass aktuell zu diesem zeitpunkt als dieser snapshot erstellt wird 3000 aktien insgesamt gehandelt werden 2000 von diesen mit einem uptick gehandelt werden also gekauft werden und 1000 mit einem down tick das heißt also verkauft werden und dann wird dann die differenz gerechnet 2000 minus 1000 und dann landen wir bei plus 1000 und dieser naisy tick der ist eine gute indikation dafür wie stellt sich das insgesamt sentiment hin man wird da man man wird feststellen der fluktuiert relativ normal eigentlich um die nulllinie interessant wird es wenn dann extreme auftreten also plus 1000 ist zum beispiel schon relativ starkes bullisches reading das könnte zum beispiel kurzzeitig dazu führen dass es einen rücksetzer gäbe könnte man strategien entwickeln zum beispiel entweder diese rücksetzer zu traden oder sich anzuschauen wie kommen die rücksetzer denn rein relativ aggressives bullisches sentiment kommt der rücksetzer rein sehen wir dann an dieser stelle eine normalisierung aber der markt der sieht ein austrocknen das volumen in diesem pull in eine enge konsolidierung hält weiter über den tageshochs oder oberhalb volumengewieser durchschnittspreis was auch immer und dann könnte man zum beispiel dass wir als indikation nehmen für ein nächstes lag auf der oberseite beispielsweise so könnte man das handeln aber im falle jetzt des tics soll es wohl so gewesen sein dass wir am freitag und was wir uns jetzt hier anschauen ist der s&p 500 etf des spider aber auf die queues genau das gleiche aber wir wollen den s&p nutzen dass es am freitag wohl so war dass wir keinen einzigen positiven tick gesehen haben also das heißt wir haben fortwährend immer mehr aktien verkauft gesehen in summe wenn man die beiden gegeneinander aufgerechnet hat als wir aktien gesehen haben die gekauft wurden also das heißt wir haben fortwährend unter null notiert das ist kein besonders starkes signal ehrlich gesprochen normalerweise geht man davon aus im bezug jetzt auf den kalender zum beispiel habe ich das einmal hier vorbereitet für die gesamte woche wir haben das schlüsselevent die fährt am mittwoch wir sagen gemeinhin eigentlich erwarten wir von der fährt eine geldpolitisch eher aktienmarktfreundliche rhetorik also das ist zumindest so ein bias der sich hat gezeigt und wer vielleicht auch jetzt wieder deutlicher zunimmt vor dem hintergrund eben dass wir die inflation deutlicher rückläufig haben zu sehen bekommen dass wir dann auch zunehmend rhetorik zu sehen bekommen dass wir geldpolitisch am ende des zinsanhebungszyklus und dergleichen angekommen sind wenn wir solch eine rhetorik erwarten seitens der fährt aber dann der markt in dieses event hinein in den letzten wochenschluss hinein also nicht dass das jetzt schon richtungsweisend ist aber solch eine bärische tendenz aufweist dann ist das kein besonders starkes signal ehrlich gesagt und das ist jetzt der fünf minuten chart hier dieser saubere abwärtstrend sehen close im bereich der tagestiefs wenn wir auf die 30 minuten ebene gehen wir sehen wir sind wieder deutlich unterhalb der fünf tagelinie handelnd das ist der immer 65 auf 30 minuten basis also hochgerechnet der immer fünf auf tagesbasis und wir kommen jetzt in den schlüsselbereich rein 4 42 ungefähr also gestern beziehungsweise am freitag schließen in diesem bereich wir sehen jetzt den dax bereits mit abgaben er weiter einem fortschreiben einem drop unter die tiefs von freitag und vor allem auch einem halten unterhalb bis dahin also wir haben hier wirklich schwierigkeiten diese tiefs von freitag zurück zu erobern das ist ein bärisches signal meiner einschätzung nach und sollten sich diese bärischen vorgaben jetzt in den kommenden stunden fortschreiben dann blickend auf den etf hier der natürlich erst ab 15 30 geöffnet wird da haben wir also noch keinen vorbörslichen handel wir können natürlich jetzt ein blick auf den future werfen an der stelle wir sind relativ stabil noch unterwegs und hier schnell verreist aber dadurch ein bisschen dass wir ein rollover gesehen haben jetzt mit dem quad switching also mit dem großen verfall auch in den usa sind ja war nicht nur im dax hier der hexensabbat ich blicke dann gerne an dieser stelle auf den s&p etf wo ich die reine kasse eben sehe und dann sage ich wenn wir unter 442 eröffnen einen gap down zu sehen bekommen und diese tiefs nicht in der lage sind zurück zu erobern dann ist nicht auszuschließen dass wir weiteren abgabedruck erst mal sehen der uns unter die 440 führt bis 435 eventuell sogar bis in die 430 gefilde in die fett hinein und das erstmal so sommer summarum kurzfristig der ausblick also das sieht nicht besonders stark aus was wir hier zu sehen bekommen haben wir bekommen dann auch mit einem fall unter die 442 zum sequenz fallender hoch fallender tiefs zu sehen die schreibt hier nach der korrekturbewegung über die ersten wochen im august auch diesen bärischen modus fort das ist noch kein beinbruch nicht dass wir uns missverstehen das ist jetzt nicht dass die bären hier die große macht ergreifung irgendwie planen oder dergleichen das ist einfach ein weiter insgesamt shoppiges umfeld aber kurzfristig durch diese market internals und diese beobachtung geht die tendenz eher in richtung der short seite jetzt ist aber die frage welche titel sind denn eventuell besonders interessant auch im einzeltitelbereich da sucht man sich dann die titel aus mit dem geringsten widerstand im fall eines bullischen umfeldes beziehungsweise relativ schwächste kandidaten im fall eines eher bärischen umfeld und da muss ich ganz ehrlich sagen auch hier da ist noch nichts passiert aber halbleiter das ist der smh der etf auf den halbleiter bereich und wir haben nach mai und hier diesem gap up und diesem run höher in nvidia damals haben wir einen sehr starken lauf zu sehen bekommen aber wir toppen ebenso ein bisschen aus wir sehen da gab es zwischenzeitlich auch schon mal einen retest hier dieser unteren range begrenzung das war so ungefähr mitte august ungefähr von da gab es noch mal ein bau und jetzt ein tieferes hoch wir laufen diese tiefs noch mal an das ist dann schon der diverse tests hier einmal im juni zu sehen bekommen dann noch mal im august zwei tests zu sehen bekommen drei tests vielleicht sogar dieser gefilde also desto öfter solch eine support regierung getestet wird desto höher die wahrscheinlichkeit dass sie halt bricht das sollte man im hinterkopf behalten so wenn wir dann im halbleiter bereich hier ebenfalls eher gerade so ein bisschen abgabedruck sehen ja dann sind wir relativ zügig bei einer nvidia beispielsweise wo wir unter die 450 jetzt deutlich gefallen sind und neue wochentiefs in den wochenschluss markiert haben unter in dem fall sind es ist es die 443 444 gewesen nicht auszuschließen dass wir hier noch mal abschläge sehen die uns wenigstens in richtung der 420 gefilde vielleicht sogar richtung 400 dollar führen und anderer kandidat neben der nvidia beispielsweise auch eine amd wichtige support regierung die rund um 100 dollar reinkommt auch psychologisch ein wichtiges level da ist ganz interessant an dieser stelle mal zu schauen ob der drop stattfindet falls ja dass dann die 95 angelaufen wird nvidia habe ich noch einen gedanken vergessen ganz wichtig rein psychologisch ist diese region gerade richtig interessant in der wir handeln um 436 437 438 man kann nämlich auf den earnings release hier im mai einen volumengewichteten durchschnittspreis ankern und wird dann feststellen dass der durchschnittlich seitdem bezahlte preis 436 437 dollar für die aktie betragen hat also das bedeutet anders formuliert die die diese earnings gesehen haben und gesagt haben ich kaufe eine nvidia weil ich denke das ist der riesen runner jetzt die liegen dann im falle eines falls unter dieses niveau durchschnittlich unter wasser das könnte zusätzlich noch mal abgabedruck nach sich ziehen wenn die nämlich dann sagen vielleicht läuft nvidia doch nicht so und ich ich stelle die position erst mal in einer fürständlichen an beziehungsweise gebt die position das könnte noch mal zusätzlichen abgabedruck nach sich ziehen wie gesagt er dann diesen laufen richtung 420 vielleicht auch tiefer in den video nach sich ziehen könnte also durchaus spannender wöchensstart auch wenn die earnings season sich deutlich dem ende nähert aber nichtsdestotrotz durchaus ein blick wert halbleiter an dieser stelle happy trading pass auf die stops auf wir schauen morgen wieder hier auf die märkte ich freue mich drauf habt euch wohl bis dann